Apathie ist die größte Herausforderung für die Pflegekräfte und der größte Faktor, der die Lebensqualität der Bewohner einschränkt. Die Lebensqualität der Bewohner Wir sprechen davon, dass die Demenz erst in den letzten Phasen auftritt, aber in Wirklichkeit spielen Apathie und Inaktivität während des gesamten Verlaufs der Demenz eine Rolle und sogar schon vorher, denn Sie und ich, wir haben bereits einen Anteil an unserer eigenen Demenzentwicklung, indem wir ein erfülltes Leben führen. Körperlich sehr aktiv, viele soziale Kontakte, vielleicht einige kulturelle Erfahrungen. Wir können den Ausbruch von Demenz verhindern, wir können den Ausbruch von Demenz verzögern. Wir können nicht verhindern, dass wir krank werden, aber die ersten Anzeichen einer Demenz können etwas später auftreten. Einer der ersten Teile des Gehirns, der von der Krankheit betroffen ist, ist der präfrontale Kortex. Und in diesem vorderen Teil des Gehirns liegt deine Fähigkeit, Initiative zu ergreifen, aber auch deine Fähigkeit, mehrere Schritte in einem Prozess zu planen. Und damit sind die Regeln natürlich festgelegt, etwas zu tun. Also aufstehen, sich motivieren, spazieren zu gehen oder vielleicht etwas Sport zu treiben, aber auch in ein Geschäft gehen und den Einkauf planen, dorthin gehen, die richtigen Lebensmittel besorgen, bezahlen und wieder nach Hause kommen. All diese für uns einfache Tätigkeiten werden zu Herausforderungen. Und wenn einige dieser Aktivitäten schief gehen, vielleicht ein- oder zweimal, kann man nervös werden, vielleicht unsicher. Sie verlieren die Kontrolle über ihr eigenes tägliches Leben. Diese Unsicherheit wird dich also wahrscheinlich davon abhalten, es noch einmal zu versuchen. Und was sehr interessant ist, ist, dass Familienmitglieder bei dieser täglichen Aktivität eine wichtige Rolle spielen können. Sowohl im positiven als auch im negativen Sinne. Die meisten Familienmitglieder besuchen ihren Vater, ihre Mutter, die an Demenz erkrankt sind, häufiger, um mit ihnen spazieren zu gehen oder Einkäufe zu erledigen. Und das ist ein großer, großer Vorteil für die Person selbst. Weil sie nach draußen kommt, das Wetter erlebt, weiß, welche Jahreszeit es ist, körperlich aktiver wird und tatsächlich die Erfahrung macht, die jemand liebt. Aber wenn ein Familienmitglied mitgenommen wird, gibt es neue Gefahren, weil es den Weg nach Hause nicht mehr findet oder vielleicht Gleichgewichtsprobleme hat und stürzt. Oder es gibt verschiedene neue Gefahren, an die wir vielleicht nicht denken. Familienangehörige können also in gewisser Weise auch einen Verbotsfaktor oder eine Rolle bei den Aktivitäten einer Person spielen, nur um diese zu schützen. Ein interessantes Beispiel, das ich neulich gehört habe, war eine ältere Dame, die gerne Rad fährt. Und sie fuhr mit dem Fahrrad in der Gegend herum und machte all diese kleinen Touren. Und sie befand sich in der Anfangsphase des Prozesses und sie könnte die Route oder den Weg nach Hause verlieren. Und eigentlich hatte ihr Sohn das Fahrrad weggenommen, um sie zu schützen. Weil er sie liebt. Mit dem Fortschreiten der Krankheit und der zunehmenden Pflegebedürftigkeit werden die Menschen natürlich auch pflegebedürftiger. Wir versuchen also, die Menschen so lange wie möglich zu Hause wohnen zu lassen. Es gibt also viel persönliche Betreuung, viele Familienmitglieder, die mithelfen. Aber es wird immer einen Moment geben, wo das leider nicht mehr möglich ist. Und das ist der Moment. Es ist ein bisschen später im Verlauf der Demenz und die Menschen ziehen am häufigsten in ein Pflegeheim. Das Leben in einem Pflegeheim, auch dort ist Apathie die größte, größte Herausforderung für die Pflegekräfte. Und der größte Faktor, der die Lebensqualität der Bewohner einschränkt. Es ist das, was ich bereits erwähnt habe. Wenn du still sitzt und dich nicht mehr bewegen kannst, dann werden deine Muskeln steif und deine Gelenke werden steifer. Und wahrscheinlich werden auch dein Gleichgewicht und deine motorischen Fähigkeiten immer mehr abnehmen. Und das wird dich nur davon abhalten, aktiv zu werden und es erneut zu versuchen. Und auch sozial. Also ihr soziales Umfeld wird so kleiner. Weil sie nicht mehr neben dem alten Nachbarn wohnen. Und das hat Auswirkungen auf die Gefühle. Es gibt also eine Menge Einsamkeit. Eine Menge Depressionen. Und es ist schwer, das soziale pulsierende Leben aufrechtzuerhalten, das wir früher hatten. Und auch aus kognitiver Sicht. Was wir also sehen ist, dass wenn Menschen still sitzen und sich nicht mehr aktiv engagieren, das Gehirn noch schneller abbaut. Das hat natürlich die negativen Auswirkungen, die wir kennen. Und was wir sehen. Nun, eigentlich haben wir über die Unfähigkeit gesprochen, die eigene Initiative zu ergreifen. Das bedeutet also, dass man, um aktiv zu sein und aktiv zu bleiben, jemanden braucht. Sei es eine Pflegeperson oder ein Familienmitglied, das einen bei der Aktivität anleitet. Man braucht eine persönliche Unterstützung, um mit jemandem spazieren zu gehen oder ein Spiel zu machen. Aber man muss ihn immer wieder daran erinnern und reaktivieren, mitzuspielen. Und das ist eine große Herausforderung. Sie können sich also vorstellen, dass die Herausforderung und die Lücke bei der persönlichen Betreuung und dem persönlichen Kontakt nur noch größer werden. Die Pflegekräfte spielen also offensichtlich eine wichtige Rolle, aber sie brauchen Unterstützung. Sie erhalten also diese Unterstützung von informellen Betreuern, von Familienmitgliedern, aber auch andere Unternehmen können hier einen Beitrag leisten. Es gibt also immer mehr Startups, die schöne Produkte entwerfen, die bei dieser Aktivierung und Stimulation eine Rolle spielen, vor allem, wenn es zu wenig Pflege für sie gibt. Wir nennen das warme Technologie und es geht um die Anwendung neuer Technologien, die den Pflegern helfen, den Bewohnern die bestmögliche Pflege zukommen zu lassen. Und das ist auch der Grund, warum ich morgens aufstehe. Wir entwickeln also Serious Games, deren Ziel es ist, die Apathie zu verringern. Wir regen die Bewohner also dazu an, körperlich aktiv zu werden, dies aber gemeinsam zu tun. In einer Gruppe zu spielen, sodass sie auch soziale Interaktion haben und über dieselben Dinge lachen und über Erinnerungen an die Vergangenheit sprechen können. Und wir machen auch eine Forderung. Wir fordern auch ihre Kognition, um zu arbeiten und Erinnerungen zu wecken oder kleine Spiele zu spielen, einfache Spiele. Und das ist alles, um diese kleinen Momente der Freude, der Anerkennung, des Stolzes zu wecken. Und wir nennen sie die Momente des Glücks und jeder einzelne Moment oder glückliche Momente in einem Tag von Menschen mit Demenz. Wir sollten dafür kämpfen.